Hallo Jena! Die Freitagsbotschaft heute beginnt mit einem Abschied. Ich denke, Sie kennen sie alle – das Geschäft direkt gegenüber der Stadtkirche Blumenböhme. Frau Böhme und ihr Gatte Reinhardt und die Mitarbeiterin Karin haben sich nun im Juni, nachdem über den Schritt immer schon mal nachgedacht worden war und er immer wieder verschoben und herausgezögert wurde, doch in den Ruhestand verabschiedet. Da geht eine Institution in den Ruhestand, die wir in der Stadt Jena alle schmerzlich vermissen werden. Und zwar sowohl privat als Kunde, Kundin dort wie auch wir als Stadt. Immer freundlich, immer auch für ein nettes Gespräch neben dem eigentlichen Einkauf zu haben. Immer hochwertig, immer super dienstleistungsorientiert. Das haben wir insbesondere als Stadt sehr, sehr zu schätzen gelernt. Wir haben über fast drei Jahrzehnte bei Böhmes sowohl Kränze und Gestecke für Festlichkeiten, Feierlichkeiten, aber auch für Gedenkveranstaltungen bekommen. Wir haben Sträuße und Blüten für Jubiläen bekommen. Wir haben auch Büroeinrichtungen bekommen. Blümchen, Blumen für für die Büros. Also für jeden Anlass die passenden Blumen. Das war genau die Welt der Böhmes. Das war genau ihr Anspruch und damit waren sie immer unser hervorragender Partner. Für die 30 Jahre, fast 30 Jahre, möchte ich ganz ganz herzlich auch in diesem Format noch einmal Danke sagen. Und für den Ruhestand, der wie gesagt schon mehrfach verschoben worden war. Nun aber alles Gute wünschen, viel Gesundheit und ich bin mir ziemlich sicher, dass es eher ein Unruhestand sein wird. Sie werden Pläne haben. Wir haben beide gemerkt im kleinen Abschiedsgespräch vor wenigen Tagen, dass es beiden Seiten nicht ganz leicht fällt, loszulassen. Uns nicht, aber auch den Böhmes nicht. Herzlichen Dank für die vielen, vielen Jahre der exzellenten Partnerschaft. Zweites Thema ist ein Startschuss. Ganz anderer Bereich. Hier sind wir im Sport. Die Fußballer vom FC Carl Zeiss Jena und die Basketballer Science City Jena haben gemeinsam zu einem Abend eingeladen in dieser Woche, wo eine neue Marke präsentiert worden ist, die künftig unter 11-5 – 11 für die Startelf im Fußball, 5 für die Starting Five im Basketball – eine neue Marke setzen will und die damit einen weiteren Schritt geht in der Entwicklung, die wir jetzt über die vergangenen Jahre schon haben beobachten können. Es ist ja schon ein außergewöhnliches Projekt gewesen und bis heute, das im Wesentlichen aus privater Initiative, Unternehmerinnen, Unternehmer, die sich da zusammengeschlossen haben und mit eigenem Geld – gefördert zwar auch, aber im Wesentlichen mit eigenem Geld – eine Basketballhalle gebaut haben, die Sparkassen-Arena, nachdem es vorher an zwei anderen Stellen in der Stadt in rein öffentlicher Anstrengung nicht gelungen war, das Projekt. Es ist bundesweit von Interesse. Man kommt hier nach Jena, um sich anzuschauen, wie die Basketballer das gemacht haben, wie das gestemmt wurde. Das gleiche gilt für das Stadion und den Fußball. Hier haben wir ja gemeinsam zwischen Stadt und der EAS – Betriebsgesellschaft – eine Konstruktion gefunden, die deutschlandweit sehr außergewöhnlich ist, dass wir also nicht nur Planung und Bau beauftragt haben als Stadt, sondern auch Finanzierung und Betrieb. Und das hat für die Investoren zu sehr, sehr hilfreichen Effekten geführt, weil man natürlich schon die eigenen Bedürfnisse danach kennt und dann auch gezielt daraufhin planen kann, weil man viel eher in der Lage ist, auch Veränderungen, Herausforderungen, die sich im Verlauf des Prozesses ergeben, abzufedern, weil man auch da in der Planung noch darauf reagieren kann. Auch das ist jetzt schon von bundesweitem Interesse. Man kommt hierher aus anderen Städten, um sich das anzuschauen, wie das in Jena gemacht wurde. Und jetzt schreitet ja auch der Bau erkennbar voran. Und nun mit der gemeinsamen Vermarktung sowohl des FC Carl Zeiss Jena als auch der Baskets aus einer Hand unter der Marke L5 geht man den nächsten großen Schritt, der auch wieder bundesweit einmalig ist, beide Sportarten zusammen und gemeinsam aus einer Hand vermarktet. Auch das wird wieder immenses Interesse hervorrufen. Und es wird Interesse auch bei den Sponsoren wecken, die man ja braucht. Man kann das beklagen. Viele sagen, Geld schießt keine Tore. Aber ich finde Lars Eberlein für die EAS und dann künftig für die L5 hat das sehr gut auf den Punkt gebracht mit dem Gegenstatement. Armut steigt nicht auf. Es ist, man mag das beklagen oder nicht, tatsächlich so, dass im Profisport eben der Etat, den ein Verein zur Verfügung hat, eine maßgebliche Rolle auch für den sportlichen Erfolg spielt. Und da kommen Sponsoren ins Spiel und denen muss man natürlich was bieten können. Und genau da setzt L5 an und wird tatsächlich Mehrwerte generieren, die es für noch mehr Sponsoren interessant machen, sich dort auch zu engagieren. Vorzeigemodell, da bin ich jetzt schon von überzeugt. Man wird sehen, ob das Schule machen wird, ob das überhaupt Schule machen kann, ob andere das so abbilden können. Aber hier bin ich mir sicher, wird das eine Erfolgsgeschichte sein. Und das ist an einem Abend in dieser Woche präsentiert und vorgestellt worden und da auf ziemlich großes Echo getroffen. Ich wünsche viel Erfolg der L5, wenn sie startet und bin gespannt auf die Entwicklung der nächsten Jahre. Drittes Thema, auch wieder ein Thema, wo es gelungen ist, etwas nach Jena zu holen. Gestern und noch heute, zweitägig, ist hier in der Stadt die Konferenz zu Gast Unsere Zukunft im Quartier. Dahinter steht die Cleantech-Initiative Ostdeutschland, die sich ganz gezielt als Zielgruppe richtet mit ihren Tagungen und mit ihren Themen an die Unternehmenswirtschaft, an die Wohnungswirtschaft, an Unternehmen, vor allem kleine mittelständische Unternehmen, an Stadtwerke, an Energieversorger, an Hochschulen und eben auch an Kommunen und versucht, all das zu bündeln, um aktiv zu werden im Kampf gegen den Klimawandel. Und man knüpft da an, an die Erkenntnis, dass es inzwischen ja eigentlich niemanden ernst zu nehmen mehr gibt, der das in Frage stellt, dass wir hier grundlegende Dinge ändern müssen. Das ist völlig klar. Die Frage des Wie stellt sich aber immer häufiger und oft immer drängender. Und hier wird ein Ansatzpunkt gesucht im Bereich des Wohnens, also einem der ganz zentralen, essentiellen Bereiche unserer alltäglichen Lebens, weil gerade auch im Bereich Wohnen – Stichwort Wärmewende zum Beispiel – große Potenziale liegen, die noch gehoben werden können. Vergleichbar durchaus mit dem, was in der Industrie noch erreicht werden kann oder was im Verkehr noch erreicht werden kann. Und der Ansatz, den die Cleantech-Initiative Ostdeutschland und ganz konkret diese Tagung wählt, ist der des Quartiers. Also nicht der Blick auf den einzelnen Haushalt, nicht der Blick auf eine gesamte Stadt, sondern quartiersbezogen, genau die Ebene dazwischen, in der die richtige Granularität abgebildet ist, um solche Dinge ins Werk zu setzen. Das Ganze wird systemisch betrachtet, cross-sektoral, wie die Protagonisten sagen. Also es geht um Fragen der Energieversorgung, es geht um Fragen des Wohnens, es geht um Fragen des Verkehrs. Und das alles miteinander verknüpft und verkoppelt ist der Ansatz, den man da fahren will. Und man will quasi in die Zeit rein arbeiten, in der aus der Phase der Pilotprojekte dann mehr wird, wo es nicht mehr nur Einzelprojekte gibt, die verfolgt werden, sondern wo es einen flächendeckenden Rollout von Modellen geben kann, dass das quasi auf Volumen, auf Masse zielt. Und wir können durchaus sagen, dass es jetzt nicht ganz zufällig ist, dass es gelungen ist, diese Tagung hier nach Jena zu holen. Denn wir haben auch hier in unserer Stadt mehrere Initiativen, die genau in diese Richtung zielen. Wir können zum Beispiel auf das smarte Quartier in Jena Lobeda verweisen. Und das habe ich auf der Konferenz in meinem Grußwort auch getan, wo die Stadtwerkefamilie, vor allem Jena Wohnen mit dem Bestand, den sie haben, eben genau versuchen, in den Elfgeschossern, konkret in der Ziegesaarstraße, genau das herzustellen, was sich auch die Protagonisten dieser Konferenz vornehmen. Nämlich Lösungen zu suchen in der intelligenten Energieversorgung, die dann den Energieverbrauch der Gebäude insgesamt deutlich senkt. Was übrigens auch eine soziale Komponente hat. Stichwort zweite Miete. Die Nebenkosten, wo wir ja im Zuge der Entwicklungen, die sich jetzt gerade am Energiemarkt tun, wahrscheinlich spätestens Richtung Jahresende, wenn die Nebenkostenabrechnungen kommen, ein großes Erwachen an vielen Stellen haben werden. Dann zweitens Fragen der Mobilität gemeinsam anzugehen. Und drittens das Ganze in ein Gesamtkonzept beim Wohnen zu bringen, wo ein attraktives Wohnumfeld insgesamt geschaffen wird. Wo E-Ladesäulen für diejenigen, die ein E-Auto haben, dabei sind. Wo ein Mobilitätshub dabei ist, wo man sich in Echtzeit verkehrsrelevante Daten ziehen kann. Wo Bewegungsparcours mit angeboten werden und und und. Und das alles gekoppelt an das Thema Wohnen plus bei dem Smart Quartier Projekt in Jena-Lobeda noch der Ansatz mit Telemedizin ein weiteres Thema zu bringen. Und das alles so gestaltet, dass es noch Modellprojekt, aber dann skalierbar, übertragbar auch woanders hin ist. Diese WBS 70-Typ-Bauten, die Neubaublöcke aus DDR-Zeiten gibt es ja gerade in den neuen Bundesländern sehr viele. Da könnte man das nachahmen. Und es ist auch anschlussfähig in kleinteiligere Zusammenhänge auch in den ländlichen Raum hinein. Und so könnte man sich bundesweit vorstellen, dass so ein Modell Schule machen kann. Darum geht es dem Smart Quartier Projekt. Darum geht es dieser Konferenz. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Sie hier zu Gast waren und würde mich noch mehr freuen, wenn Sie auch mit den Folgekonferenzen vielleicht wieder Jena als Ihrem Tagungsort wählen. Ja, dann habe ich eine herzliche Einladung an Sie alle. Die ist sehr kurzfristig. Die betrifft heute schon. Heute Abend um 20 Uhr auf dem Markt wird der Frühlingsmarkt eröffnet mit dem Bieranstich, dem traditionellen. Und das freut mich ganz besonders, nachdem das in den vergangenen zwei Jahren ja pandemiebedingt nicht möglich war, dass in diesem Jahr der Frühlingsmarkt wieder stattfinden kann, dass zehn Tage lang bis zum 19. Juni hier wieder richtige Stadt-Fest-Atmosphäre herrschen kann mit dem Frühlingsmarkt. Und wenn wir uns erinnern, wie die ersten Aktionen, die nach der letzten Welle jetzt hier in der Stadt Jena stattgefunden haben, wie die angenommen wurden von den Menschen – hungrig, durstig, wie man es nehmen will – nach solchen Anlässen. Erinnern wir uns an Loslassen der Initiative Innenstadt. Erinnern wir uns an das Damenviertelfest. Erinnern wir uns an die lange Nacht der Museen mit einer riesigen Resonanz. Erinnern wir uns übrigens auch – wir waren gerade in Erlangen zur Eröffnung der Bergkirchweih – wie dort die Menschen begeistert waren, dass so was jetzt wieder möglich ist. Und hier jetzt eben auch heute Abend 20 Uhr die Eröffnung. Und ich kann sagen, dass sich das mit einem großen Dank an Jena Kultur verbunden einreiht in eine ganze Serie von Veranstaltungen dieser Art, die wir alle so vermisst haben, die jetzt wieder gehen. Der Holzmarkt hat schon stattgefunden. Die Kultur-Arena wird ohne Handbremse stattfinden dieses Jahr. Es wird wieder das Altstadtfest geben im Herbst und es wird wieder einen Weihnachtsmarkt geben. Und Jena Kultur kann endlich wieder das machen, was sie am liebsten tun und auch so gut können, solche Veranstaltungen zu organisieren. Wir haben das übrigens auch gekoppelt an verkaufsoffene Sonntage. Das geht ja nur in Verbindung mit etablierten Veranstaltungen. Und so wird es – das können Sie sich alle schon mal vormerken in Ihren Kalendern – am 19. Juni den verkaufsoffenen Sonntag in Verbindung mit dem Frühlingsmarkt geben. Dann zum Altstadtfest im Herbst wird es der 18. September sein, der Sonntag. Und dann der 4. Dezember zum Weihnachtsmarkt. Ja, und wenn Sie mögen, heute Abend 20 Uhr Bieranstich und danach die polnische Band Bublitzki, die mit Balkan Brass richtig Stimmung machen wird. Und dann starten wir in diese zehn Tage Volksfest. Ja, und ein letzter Hinweis, der bezieht sich auf den Sonntag. Es ist nicht alles und nur Party, sondern es gibt am Sonntag Wahlen. Im ländlichen Raum, im Landkreis werden eine ganze Reihe von Bürgermeistern neu gewählt. Und hier bei uns in der Stadt ist es erforderlich geworden, in den Ortsteilen Jena Süd und in Klosewitz die Ortsteilbürger neu zu wählen, weil in Jena Süd der Ortsteilbürgermeister umgezogen ist, die Stadt verlassen hat und in Klosewitz, das wissen Sie, der Ortsteilbürgermeister verstorben ist. Deswegen wird am Sonntag gewählt in diesen beiden Ortsteilen. Da sind in Jena Süd etwa 10.000 Wahlberechtigte zur Wahl aufgerufen. In Klosewitz etwas über 100. Wahlberechtigt ist jeweils, wer in diesen Ortsteilen wohnt und gemeldet ist. Und ich will Ihnen noch ein paar Dinge sagen zum Thema Briefwahl, die auch hier wieder möglich ist, die Sie wissen sollten, falls Sie diesen Weg gehen wollen. Wenn Sie das beantragt haben und die Wahlunterlagen jetzt schon haben, dann sollten Sie darauf achten, dass der Wahlbrief, wenn Sie es zurückschicken wollen, so abgeschickt werden muss, dass er bis Samstag bei der Stadt zugestellt werden kann durch die Post. Also rechnen Sie, ob das noch geht. Wahrscheinlich wird das inzwischen schon ziemlich knapp. Sie können die Wahlbriefe bis Samstag Mitternacht auch in den Fristenbriefkasten noch werfen. Hier am Anger 15 der große rote Briefkasten, der direkt gegenüber von dem Denkmal zum 17. Juni steht. Oder, das ist die dritte Option, Sie können am Wahlsonntag Ihren Wahlbrief, aber das müssten Sie dann selbst tun, physisch noch in der Wahlzentrale am Anger 15 abgeben bis 18 Uhr. Dann ist Deadline, dann beginnt ja die Auszählung. Das Briefwahlzentrum befindet sich dann am Sonntag im Beratungsraum im Lutherplatz 3. Dort erfolgt die Prüfung der Briefwahlunterlagen. Das passiert ab 15 Uhr und dann ab 18 Uhr nach Schließung der Wahllokale die Auszählung. Beides in diesem Briefwahlzentrum am Lutherplatz 3 und sowohl die Prüfung der Wahlunterlagen als auch dann die Auszählung sind öffentlich. Also sofern Sie die Aktivitäten dort nicht stören, können Sie da auch sehr gern mit dabei sein und zusehen. Das ist öffentlich, da können Sie dabei sein. In Klosewitz gibt es noch die Besonderheit, dass es keinen Kandidaten gibt, der von sich aus gesagt hat, ich trete an. Da wird es so sein, dass die Wählerinnen und Wähler jeweils aufgefordert sind, selbst einen Namen auf den Wahlzettel zu schreiben. Muss natürlich jemand sein, der im Wahlkreis, also dann in dem Ortsteil, wohnt und gemeldet ist. Ja, gehen Sie wählen, das ist wichtig, auch wenn es gefühlt kleine Wahlen sind. Die Ortsteilbürgermeister haben eine ganz, ganz wichtige Rolle hier im Gesamtgefüge der Kommunalpolitik in unserer Stadt. Sie nehmen ganz viele Dinge auf. Direkt vor Ort transportieren Sie in die Verwaltung und das gleiche auch in umgekehrter Richtung. Also nehmen Sie Ihr Wahlrecht bitte wahr, gehen Sie wählen und wählen Sie sich Ihre Ortsteilbürgermeisterin, Ihren Ortsteilbürgermeister. Ja und das soll es an Themen für diesen Freitag auch gewesen sein. Ich wünsche Ihnen wie immer ein angenehmes, ein erholsames, ein entspannendes Wochenende und wir sehen uns hoffentlich gesund. Nächste Woche Freitag an dieser Stelle wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.